Dieser Ford Fiesta steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem wendigen schwarzen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 21.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der Kleinwagen bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Freisprecheinrichtung, Bluetooth, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 4,3 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 13.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Sous-titrage